. Hier, guck doch mal hinten. Da ist jetzt hier. Ohne die Eisen. Hier, guck doch mal. Das gibt doch noch, wie war? Sack. Ach, das war noch drin. Ja, das war noch. Das war ein Geheim. Das war ein Bier auf der Bremse. Das ist auch normal. Das ist ein Bier auf der Bremse. Das ist auch normal. Der piept ja nicht mehr im Rückwärtsfall. Pass auf, jetzt bleibt er drin hängen. Jetzt bringt er raus aus dem Kahn. Scheiße! Darf ich was bemängeln? Darf ich was bemängeln? Erst abschließen, dann hoch. Hier, was war mit Hupen?